In diesem Video lernen wir, wie man mit Hilfe von PowerPoint so einen coolen Slider bauen kann, wo man zu beliebigen Folien dann noch hinzoomen kann und kann hin und her navigieren, entweder mit diesen coolen Pfeilen oder auch mit diesen Kreisen von vorne oder hinten. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib dran! Alles rund um Ihre Präsentation. Wird Power auf den Punkt gebracht. So, schauen wir uns diesen coolen Beispiel an. Um das hinzubekommen, brauchen wir insgesamt drei Funktionen. Und zwar ist es Morphin, die Zoom-Funktion und die sogenannte Hyperlinks. Ich lösche alle Folien, sodass wir wirklich von Anfang an dieses Beispiel selbst erstellen. Und das ist unsere Grundlage. Die erste Folie ist komplett leer und das ist einfach nur ein Bild. Dieses Bild habe ich entsprechend im Internet runtergeladen. Müsste von Pixabay sein. So, dann habe ich hier ganz, ganz viele Folien unten drunter, die von der Farbe her und vom Stil her zueinander passen. Wie die einzelnen aufgebaut sind, würde ich jetzt in diesem Video nicht darstellen. Aber das sind alles einzelne Elemente und einzelne Bilder, die so gebaut sind. Übrigens, wenn du diese Präsentation haben willst, das Original davon, da sind 100 Folien insgesamt mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen coolen Layouts, die auch entsprechend animiert sind, dann kannst du das entsprechend bei mir für einen kleinen Betrag erwerben. Den Link dazu lasse ich gerne in der Beschreibung. Da kannst du das nochmal genauer anschauen. So, aber jetzt zurück zu unserem Beispiel. Das heißt, wir sind jetzt auf einer ganz, ganz leeren Folie, nur mit einem Bild im Hintergrund. Und jetzt erstelle ich erstmal die sogenannte Zooms, die ich dafür brauche. Dafür gehe ich auf Einfügen. Dann klicke ich auf Zoom, sage Folienzoom und wähle einfach die ersten sechs. Können auch mehr sein, können weniger sein. In meinem Beispiel waren das sechs Stück. Dann klicke ich auf Einfügen. Jetzt habe ich schon alle meine Zooms hier und jetzt möchte ich die gerne alle auf einer Linie verteilen. So, das heißt, ich lege die hier schön alle mittig auf meine Folie. Und mache die insgesamt noch ein bisschen größer. Sagen wir mal auf Größe 5. Jetzt richte ich die entsprechend aus, dass überall gleiche Abstände sind. Und die weiteren drei mache ich genauso. Ihr werdet gleich verstehen, wofür ich das Ganze mache. So, jetzt liegen alle meine Zooms auf einer Linie. Jetzt mache ich noch folgende Einstellung. Ich klicke jeden Zoom an und setze ein Häkchen zurück zum Zoom. Das heißt, bei allen sechs muss ich das wirklich machen. Und wenn ich das gemacht habe, markiere ich alle meine Zooms und sage Gruppieren, sodass ich die jetzt alle am Stück packen kann. Und jetzt habe ich schon den ersten schwierigen Teil hinter mir. Das heißt, die Funktion Zoom haben wir jetzt schon abgehakt. Jetzt fangen wir das Ganze an zu morphen. Das heißt, für das zweite Schritt von diesem Beispiel nehme ich meine erste Folie, sage Rechtsklick drauf und sage Folie Duplizieren. Aber vorher verschiebe ich das Ganze erst mal nach da. So müsste es stimmen. So, jetzt sage ich Folie Duplizieren. Packe meine gruppierten Zooms und verschiebe das Ganze einmal von rechts nach links. Gehe auf Übergänge und sage Morphen. Und jetzt haben wir schon mal sowas geschafft. Das heißt, wenn ich präsentiere und dann auf Weiter klicke, dann bewegt sich meine gruppierte Zoom-Funktion einfach auf der nächsten Folie mit. Und das Ganze mache ich jetzt fünfmal. Das heißt, ich dupliziere meine Folie noch einmal und verschiebe meine Zooms noch einmal. Dann, ups, das war zu schnell. Jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. So, und wenn wir jetzt von Anfang an uns das Ganze anschauen, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf Weiter klicke, bewegt sich meine Zoom-Gruppe und ich kann jederzeit auf irgendeine Folie draufklicken. Und wenn ich nochmal klicke, komme ich auch wieder zurück, weil ich habe überall Häckchen zurück zum Zoom gesetzt. So, das heißt, auch die zweite Funktion haben wir jetzt hinter uns. Wir haben das Ganze per Zoom eingerichtet, jetzt per Morphen eingestellt. Und jetzt wollen wir uns noch die Navigationspfeile bauen mit Hyperlinks. Dafür gehe ich auf Einfügen und suche mir bei Morphen einfach so ein Pfeil aus. Alternativ dazu könnte man auch einen Icon nehmen, würde auch gehen. Ich habe jetzt für mein Beispiel einfach nur so ein Pfeil genommen. Das Ganze mache ich noch ein bisschen kleiner. So müsste es stimmen. Und platziere das Ganze einfach einmal hier. Und jetzt dupliziere ich das Ganze auf die andere Seite und platziere das entsprechend einmal da. So, und das Ganze müsste ich jetzt erstmal per Hyperlink bearbeiten. Und zwar gehe ich auf dieses Pfeilchen drauf, gehe dann auf Einfügen, Aktion und sage Hyperlink bitte zur nächsten Folie. Bestätige mit OK. Und bei diesem Pfeil sage ich Hyperlink nicht zur nächsten Folie, sondern zu der vorigen Folie. Und jetzt nehme ich diese Pfeile, sage Copy, Paste und füge das einfach entsprechend auf jeder Folie hinzu, die wir vorhin dupliziert haben. Und schon ist die Sache auch erledigt. Das heißt, jetzt kann ich schon diese Pfeile benutzen, weil diese Pfeile navigieren mich ja auf die nächste Folie und auf die Folie davor. Was mir jetzt noch nicht gefällt, dass die Pfeile im Vordergrund sind. Das heißt, ich packe jeweils meine gruppierten Zooms und sage jeweils in den Vordergrund, damit das einfach beim Sliden hin und her schöner aussieht. Und schon sind wir noch einen Schritt weiter. Aber allein jetzt schon ist es sehr cool. Das heißt, ich klicke hier weiter. Ich kann ran zoomen. Ich kann wieder raus zoomen. Ich kann zum nächsten Punkt klicken. Ich kann wieder zurückkommen und entsprechend das Ganze mir anschauen. So, was wir jetzt noch machen können, was nicht unbedingt sein muss, aber kann man da machen, ist zusätzliche Navigation mit diesen zwei weißen Pünktchen. Das heißt, dafür erstelle ich mir einen kleinen Kreis oder größeren Kreis. Je nachdem, macht das Ganze einmal weiß mit Stärke 6 und dann noch einen. Diesmal ohne Füllung. Das ist mir aber noch ein bisschen zu groß. Gefällt mir noch nicht. Machen wir mal so. So ist okay. Die platziere ich jetzt und möchte die jetzt auch entsprechend mit Hyperlinks verlinken. Das heißt, ich klicke erstmal diesen an und sage bitte Aktion Hyperlink zu und suche mir die Folie aus, die bei meinen Slidern die letzte ist. Das ist die Folie Nummer 5. Das ist diese hier. Bestätige mit OK. Und bei dem Pfeil sage ich, das ist Hyperlink zu Folie Nummer 1. So, das hätten wir jetzt schon mal erledigt. Jetzt mache ich noch folgendes. Ich benenne diese kleinen Kreise um und zwar in dem Auswahlbereich sage ich, das ist meine Ellipse Anfang. Und das ist entsprechend Ende. Und jetzt nehme ich das insgesamt und packe auf jede Folie. Und auf meiner letzten Folie werde ich jetzt das Ganze entsprechend verändern. Das heißt, hier mache ich das Ganze in weiß und hier mache ich meinen Fülleffekt weg. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, jetzt kann ich nicht nur hier navigieren, sondern auch hier, wenn ich da drauf klicke, passiert die Magie. Ja, jetzt habe ich eine zusätzliche Navigation gemacht. Man könnte das Ganze noch ein bisschen kleiner machen. Ich habe extra jetzt für das Video das Ganze größer gemacht, damit wir das besser sehen und verstehen. Aber jetzt ist unser Werk quasi unser Meisterwerk fertig, weil jetzt können wir navigieren, wir können ranzoomen und wir können zusätzlich mit diesen zwei Punkten von Anfang bis zum Ende sliden. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr von solchen verrückten und sehr coolen Tipps sehen willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, aktiviere die Glocke und ich freue mich auf das nächste Video. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.